So, ja, gibt's ja auch einen Knopf dafür. Hier gibt's keinen Knopf dafür. Bitte passe die Helligkeit an deinen Bildschirm an. Soll ich meinen Bildschirm jetzt für dein scheiß Spiel aufstellen, oder was? Heute spielen wir an dem Dienstag. Halt deinen Maul! Spiel mir The Tower. Scheiße! Nee, dann mit den Pornos, das mach ich nicht. Wer sich fragt, warum The Tower, aber es ist zufällig in meiner Steam-Liste aufgetaut. Ich weiß nicht, ob ich's mir gekauft habe, ob einer von euch's für mich gekauft hat, denn es kostet 2,99 Euro. Top-Bewertungen! Top, die sind unschlagbar. Da kommt kein Spiel ran. Und mal wieder haben wir die Grundzüge des Horror-Montags vergessen. Denn ursprünglich solltet ihr mir Horrorspiele in die Kommentare schreiben und ich spiele das dann in der nächsten oder übernächsten Woche oder wann auch immer ich dafür Zeit finde. Aber das haben wir mal wieder aus den Augen verloren. Deswegen schreibt mir doch bitte jetzt in die Kommentare, was ich in der nächsten Woche spielen soll. Vielleicht kommt euer Spiel dran. 17% hat das Spiel! 17% Bewertung! Mein Hals kratzt! Get this bastard up! We're taking you somewhere lovely! Was? Ich bin kein Bastard. Aber er nimmt mich an einen rosigen Platz, hat er gesagt. Toll! Geh mir in die Sauna. Hier drin ist es so warm wie in der Sauna. Deswegen gibt's kleine Nebengeräusche. Weil mein Ventilator an ist. Ich mein, ich hab euch sehr sehr lieb. Aber ich hab euch nicht so lieb, dass ich hier äh sterbe. The Tower steht auf dem Boden. Und verdammte Kinder mit ihren scheiß Graffitis! Im Namen des Königs! Was? Was? Was hat meine Wrau? Mein kleineren? Was hat sie vorgelegt? Jailer! Sie werden auf eine Kronung mit den anderen am Morgen getroffen. Böge für sie. Du verdammt. Du hast meinen Plan verletzt. Ich werde dich mit meinem Knochen töten. Der redet so geschollen, so wie die Leute im Mittelalter. In Deutschland geht keiner mehr. In Deutschland haben wir noch Penis, Pornopeter. Haben Orgasmen, so wie der Typ. This game is based upon true events. Woher weißt du das? Das hier spielt im Mittelalter. Ja, mein Vater hat im Mittelalter geboren. Das ergibt keinen Sinn. Können... Bitte sag mir nicht, der redet jetzt die ganze Zeit. Jungs, das ist der Horror-Montag. Hier redet nur ich. Hier redet nur ich. Kein Rapist. Du bist der Rapist. Er hat da auf den Boden gekotzt. Hör doch auf zu laben. Oder war das Episode 1? Break free! Bulls! Hat nicht voll... Break free! Oh! Hulk Smash! Boah! Er hat die ganze... Das sollte ein Joke sein! Der hat die ganze Wand weggerissen! Hulk Smash! Wah! Wunderbar! Darf ich mich jetzt auch bewegen oder labern wir jetzt ein bisschen weiter? Warum erinnert mich das? Was? Ich hab's getan. Endlich, meine Bände haben sich gebrochen. Ich hab's getan! Ich hab's getan! Ich hab mich selbst in den F***** Hulkster transformiert! Wie war das? Hulkamanias! HULKAMANIA! So wie Wrestler halt reden, ne? So wie Wrestler halt reden, ne? So wie Wrestler halt reden, ne? Seit den ganzen Tag, brother! 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 Hör auf zu labern! Meine Haare fallen schon auseinander, war ich so wie, RUNNER, RURR, RUNNER, okay, ich darf mich wieder bewegen, schön, es ist, übrigens, es war eben perfekt angepasst, nur ich sehe gerade gar nichts in game, ich sehe hier so ein paar blaue Lichter, deswegen denke ich, man geht mal dahin, ne, wow, sieht das schön hier aus, habt ihr keinen vernünftigen Keller? Wo sind wir hier, in, äh, das ist nicht cool, der Wassereffekt ist so halbwegs da, hey, wenigstens etwas, warum sabber ich die ganze Zeit und spiel mir das hier so vorne ans Hebb, weil ich BRUDDER der Hulkster bin, ja, genau, der macht sowas, und der zerreißt dazu sein T-Shirt nachher sowieso, also kann er da auch voll schmecken, sondern, natürlich war dein, dein Escape ohne, ohne eine Unterbrechung, was machst du? BRUDDER! Junge, die Musik ist, brrrr, und du redest. Oh, ich glaube, der Boden zerbricht gleich, würde ich doch lieber weiterlaufen? Würde, ja, ah! Warum laden wir noch? Ich habe die scheiß Szene gerade nachgestellt, wir laden immer noch! Junge, spielen wir... Ihr, ihr habt mich exposed, ich spiele das hier eigentlich auf einem Gameboy-SP. Ich sehe nix. Da ist so ein ganz kleiner blauer Fleck. Ich nehme an, da muss ich hinlaufen. Junge, kein Wunder, dass es 17% sind. Der Typ labert die ganze Zeit. Ich sehe nichts. Wo soll ich denn hier hin? Ihr könnt wahrscheinlich mehr sehen, als ich habe gerade zufällig den Weg gefunden, weil ich das im Nachhinein immer heller mache. Warum läuft meine Nase gerade so sehr? Vielleicht, weil der Ventilator voll auf mich gerichtet ist. Das ist ein bisschen animiert. Man muss ja auch mal positive Dinge hier. Rausholen. Ich erkenne hier nichts. Es ist nichts. Muss ich jetzt hier? Warum kann ich denn jetzt hier nicht weiter? Brother! Meine Story ist lang und langweilig und unsichtbare Wände. Brother! Werden dich, Brother! Davon Brother! Abhalten! Weiter als Brother! 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 What do we tell you something, Brother? This is a dream match, Brother! One that I've always dreamed of, Brother! 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 Da habe ich... Warum kann ich denn hier nicht... Da hinten sehe ich nichts. Das ist eine Scheißidee, da wieder hinzugehen. Ich sehe... Es ist komplett schwarz! Der ganze Bildschirm ist schwarz, als wäre er aus. Ich sehe nur oben einen Fraps-Counter. Auch wenn es nicht Fraps, sondern die X-Story. Ich sehe nichts. Es ist nicht gruselig, wenn ich nichts sehe. Außer du schmeißt mir jetzt laute Geräusche in die Fresse. Geht es hier weiter? Ich sehe nichts. Ich laufe gegen Wände. Das weiß ich. Aber ansonsten... Ich sehe nur eine Wand, wenn ich direkt vor der stehe. Muss ich meinen Scheiß-Bildschirm jetzt überbelichten, damit ich überhaupt weiterkomme? Ey! Hallo, was? Bin ich gerade gesprungen? Ich kann mich duken. Ja, weil ich da halt auch nicht durchgepasst habe, ne? Dann sag mir doch, wie ich crouche. Dann komme ich vielleicht auf die Idee. Denn für jeden, der jetzt denkt, das ist ja bestimmt Steuerung. Nein, das ist nicht Steuerung. Das ist C für Crouch. Also für Captain Orbeez. Lass mich raten, jetzt labert er wieder. Brother! Brother, meine Story ist lang und... Brother! Wunderbar. Ich laufe einfach weiter geradeaus. Bleib mal wieder an der Stufe hängen. Spiel ist toll. Ach, ich muss mich hier wieder ducken. Ja, weil ich da halt nicht durchpasse. Junge, wenn ich zwei Köpfe größer wäre, würde ich da noch durchpassen. Willst du mich eben verarschen? Ey, die interessiert mir nicht. Er gibt sich so viel Mühe mit dem Voice-Acting und was weiß ich. Aber erst mal sehe ich nichts. Und zweitens gibt es Sklaver auf dem Se... Unglaublich. Best Game Ever. Achso, Jan, ich muss jetzt wieder spammen. Ah. Erzähl mir jetzt nicht, das war's. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Was? Was? Es gab eine Speicherfunktion. Vielleicht. Ja, es interessiert mich nicht. Aber es gab keinen Startbildschirm. Das heißt, wie soll ich den Speicherstand auswählen? Ja, es gab einen Speicherstand aus. oh mein jaylo jaylo kommt zurück in einer richter rüstung zeigt mir den booty nichts drücken jetzt denn ansonsten ich will es nicht drücken und schützt das spiel ja ich würde gerne weitermachen hallo die maus nur um euch das zu zeigen wie funktioniert nicht die ist aus in diesem menü frage mich warum mein maus zeiger ist genau in der mitte zentriert ich drücke jetzt alle knöpfe ich kann auch nicht mit einem namenpad vielleicht nein einfach suchen sie es nicht zu hause den horrorspiele können ziemlich schlecht war ein witz wir spielen da wir so gut sind ich weiß nicht immer wie man das steuert spielen heute emma watson warum auch mal ich wollte eigentlich gegen halk hogan spielen oh mein gott ich weiß nicht mehr wie die steuern junge ich habe das noch nie auf dem keyboard gespielt wie gehe ich hier raus ich will hier ich will hier weg dass mich die wird mich umbringen lasst mich in ruhe die will mich umbringen junge die will mich umbringen seht ihr das lasst doch emma watson ruhe hallo sie gibt magst du mir helfen magst du siehst ganz teuer aus besonders die mutige gerade anstabe okay wie komme ich wieder rein ich muss ich muss okay wunderbar ich weiß aber nicht wie man schlägt wie schlägt man jura doch nicht ins gesicht daraus macht sie ihr geld daraus macht sie ihr geld was passiert nein 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 was halte der taste okay okay ich habe verloren bis dann bruder bis dann bruder Mann mit meinem Ego das verkraften äh äh 1 1 3 2 2 1 2 1 2 Bis zum nächsten Mal.